Herzlich Willkommen zum Raiffeisen Beach-Event in Roerschach, presented by Frisco. Vier Tage Beachvolleyball pur, wie immer bei dieser Turnierserie, die ja in Frauenfeld und in Olten bereits ein riesiges Publikumsinteresse hatte, so sind am Donnerstag die ersten Spiele, es folgen dann die Turniertage Freitag und Samstag mit den Gruppenspielen und dann am Sonntagvormittag, die Halbfinalpartien, die großen Finales, dann zum Abschluss am Sonntagnachmittag. Über 20.000 Zuschauer werden bei dieser vierten Auflage hier in Roerschach, also zum vierten Mal wird mittlerweile dieses Turnier ausgetragen, erwartet und tolle Stimmung ist natürlich garantiert. Die Schweizer Athletinnen, die machen den Auftakt im Rahmen dieser Tour am Donnerstag mit der Partie Breitenmooser-Betz gegen Isabel Forer und Momoli, Italienerin, die mit dabei ist, denn die Standardpartnerin von der Forer ist ja derzeit leider verletzt. Auch die großen Favorites bei den Herren Sascha Heyer und Patrick Heuscher sind am Donnerstag bereits im Einsatz, wir werden umfassend über alle Partien während aller Tagen, auch mit aktuellen Interviews berichten, wir freuen uns auf ein tolles Turnier.